Fußkante ist der äußere Teil des Fußes. Während die innere Seite des Fußes, die sogenannte Fußinnenwölbung, eben nach oben gewölbt ist, hat die Außenkante des Fußes typischerweise Bodenkontakt. Nicht notwendigerweise in allen Teilen, letztlich zwischen Faser und Vorderfuß ist manchmal ein kleiner Teil, der leicht nach oben ist, aber die Fußkante ist im Wesentlichen auf dem Boden. Und bei manchen Yoga-Übungen wird besonders Wert darauf gelegt, dass die Fußinnenwölbung erhalten bleibt. Zum Beispiel bei Virabhadrasana der Heldenstellung sollte die Fußkante auf dem Boden sein und die Fußwölbung erhalten bleiben. So ähnlich kannst du auch, wenn du jetzt stehst, versuchen zwar die alle Zehen gut den Boden berühren zu lassen. Du kannst auch probieren, den Fußinnenballen auf dem Boden zu haben. Gleichzeitig habe das Hauptgewicht auf den Fersen und achte darauf, dass die Fußinnenwölbung erhalten bleibt und die Fußkante sanft den Boden berührt.